Hallo, ich bin jetzt noch mal nach dem Kinderstark. Wie zufrieden macht's möglich. Outdoor entertainen. Dort, wo die Albträume enden, beginnt Klettern. Das ist die Energie für Mr. Wien, oder? Vielen Dank. Die Wienergie. Ach, die Wienergie. Nicht die Synergie, nicht die Energie, sondern die Wienergie. Schön, wunderbar. Und der neueste Marketingspruch ist natürlich, dass eine Marketingabteilung nur einem Menschkunden Top-Gehör schenkt, wenn nichts klappt. Wenn alles klappt, gibt's nichts zum Zuhören. Stimmt's? Sie verstehen, somit besteht auch eine Chance, in der Reklamation emotional vorzudrängen zu demjenigen, der die Lösung suchen soll. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Mr. Postman. Ich wusste gar nicht, dass Sie Postman sind. Achso, Petzl. Das ist aber toll. Das ist aber toll. Ja, auch wir freuen uns manchmal. Ja? Naja, ich bin ja nicht umsonst Filmbote. Nein, Postbote. Oder was auch immer. Also, Entertainment Live. Und ich wurde gefragt, ob denn aus Frankreich auch Rucksäcke bestellt werden, weil Sie so viel über Bristan Volksmusik reingestellt haben mit Vizophren. Sag ich, ja. Vizophren denkt auch wie Mr. Wynn. Filmbike. Mehr Mensch, ohne Grenzen. Mehr Kunde. Erfreulich, nicht? Petzl macht's möglich. Er lacht. Er lacht. Wenn der wüsste, was ich heute telefoniert hab. Was so LED-Lenser-Lampen in sich haben. Und man stellt sich dann die Frage. Meine Frage, wo haben Sie denn die Mobilnummer von uns her? Ja, wie ist es? Ähm, du willst ja wirklich mit einem Wuttel-Schwerer-Rucks runterwiezen. Den auch nicht machen wir? Ja, genau. Äh, wirklich schwerer Rucksack ist ab 17 Kilo. Also, wenn du halt dann sagst, du machst mit Wuttel eine Frecken-Tour, ähm, dann mit Federsteigen ein und dann mit dabei. Da kannst du ja wirklich zu bringen. Auto-Tour-Dialoge-Filmbike-On-Tour. Das ist ja doch. Das ist ja doch. Das ist ja doch. Das ist ja viel zufrieden. Ne, also da hätten wir auf jeden Fall was da. Ja, gut. Das ist ja auch ein Rücken. Okay. Genau. Also zum Not, zu einer größten Not der Gegner zum Beispiel, ist ein vollverstellbarer, also der geht vom XS bis XL. Ja. Und das wäre kein Problem. Ich meine, man muss ja da einfach nur reinsteigen. Nur reinsteigen, genau. Und das machen. Und das Dingern. Und das, also auf Kante mit einem Flasen-Test machen. Okay. So mit einem Sackstich. Also sprich, dass wir zwei Mal durchlaufen. Okay. Und dann einfach das Kante mit dem anderen durch. Outdoor-Ski-Service. Viel zufrieden. Macht's möglich. Mr. Multitask. Mr. Multitask. Okay. Vielen Dank.